ich bin da drüben bist du da drüben? hm? bist du da drüben? also hier kann ich gar nichts machen oh ey was für ein beklebtes Level ja das ist richtig geil das Level wir müssen die Tür nämlich öffnen so hier ist schon mal eingeseift da bist du durch? da oben ist man die Hebel tätig ja was machst du da? lalalalalala lalalalalala nein da oben gehts eigentlich weiter hm? da ne nein ach man doch ja komm mal eben her bin nur hier so äh da einmal egal welches und wenn ich gleich durchlaufe durchs rote musst du das wechseln hier ja dann flieg ich nämlich nach oben ja das war noch nicht passend muss ja mal richtig stampf das ist doch schon schnell genug und dann? das ist die schnellste Strecke hm? ich muss mich wieder umsetzen jetzt krieg ich noch Schmerz im Po da gehts ja nicht kannst ja da nix ne aber was bringt das bitte schon jo man 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 ja ja hm hey muss ich mich verarschen jetzt? nein du musst ja nur da hoch aber wie soll das für schön gehen? hierher mit ing die kürzeste Strecke haben dann hier ein Portal hinsetzen von dem anderen dass du da hoch fliegst mir ist das nicht ok und das war doch die kürzeste Strecke ja genug Schwung hast du schon und mehr kannst du ja nicht kriegen und mehr kannst du ja nicht haben mehr Schwung oder doch doch du kannst glaube ich bestimmt noch mehr Schwung haben wenn du dein zweites das du da hingeschossen hast da wieder hinsetzen und ich schieße dann in dem Moment wieder das andere hier hin also indem du das da so hoch fliegst? ja dass ich noch schneller werde durch den Sprung aha also in dem Moment wenn du fliegst mein zählt wenn ich gleich fliege da hat ja mein gelbes Austausch gegen das dunkelblaue ja dann werde ich ja hoch fliegen ja das heißt ich muss wieder nachher von dem dunkelblauen ins hellblau springen und das hellblau musst du da wo mein rotes ist und ich muss nachher wieder vor mir das gelbe schießen du warst zu langsam wieso war ich zu langsam? zu langsam aber warte mal kriege ich das nicht selber hin? aber nicht nö so jetzt habe ich keinen Bock mehr jetzt will ich nicht mehr ne? nein ich weiß aber ich habe grad da Spaß zu mip du weißt du weißt wo hellblau es ist welcher klick ne? ja wieso? ich wollte dir mal eins schießen nicht entfernen das ist doch kacke ehrlich kacke wie soll ich das jetzt eigentlich genau machen? wie soll ich das jetzt eigentlich genau machen? ich schieß mein gelbes dagegen fliegst du hoch fliegst du na musst du nachher wieder zurückschießen ich weiß nicht ob du das schaffst ich weiß nicht ob du das schaffst schieß einfach schieß einfach ach so wir können es auch anders lösen tausch einfach nachher mein rotes gegen ein hellblaues dann wirst du doch wieder in das portal geschleudert hier in das wenn du runter fliegst hm ja aber ich schaffe ja nicht rechtzeitig meine die Portale auch zu wechseln natürlich brauchst du nur brauchst du nur das hellblau runterschießen wieso brauche ich nur das hellblau runter? hellblau runter ja hättest einfach wieder nur hellblau schießen müssen ach so meinst du das jetzt ja dadurch hast du mehr Tempo dann schicke ich dich wieder hoch ja ja ne das bringt nix bericht sich dabei und dann da oben ist ein Portal gewesen ja du bist so dämlich ehrlich was macht das hier? warte äh kommt Würfelchen? hallo Würfel ach ja Würfelchen ohne Kotze kommt nicht runter ne ich warte ich hol eben ich hol eben Kotzi nein ich wollte doch nicht da durch Kotzi kommt bist du grad so durchgerutscht hier oder was? ja oh Würfelalo ähm ich brauch die doch nur versetzen das da? würde ich mal da hin? äh ja Crash oh nein wir müssen darüber fliegen wir müssen nicht darüber fliegen komm mal hier durch weißt wo der Würfel vielleicht durch muss? hm guck mal hier eins zwei drei eins zwei drei wo ist denn das Ding? hier du musst hier durch wo hast du das denn gesetzt gehabt? da unten da so das Problem ist nein 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 ja wenn du das nicht umschlägst dann geht das Ding hier hoch siehst du? äh welches? zeig nochmal da du bist ja grad bei eins hast du ja grad die eins unterbrochen warte mal ups der Würfel ist sowieso unbrauchbar der ist viel zu schnell ja du sollst halt auch nochmal hingehen hier da diese Fläche hier und wenn du gleich weg gehst wir müssen den runterrutschen lassen ja klar müssen wir den runterrutschen lassen wow aber das Problem ist mit dem Timing dazu Ding runterrutschen lassen du durchs Portal und dann müssen wir loslaufen mess das nicht komm ich hab den mich angeschaut gegen aber irgendwie du stehst bereit? ja du nimmst die rechte Strecke weil die länger ist dann nimm ich die rechte Strecke weil die länger ist schneller mach du bist auch da? ja drück 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 dem salm im salm nimmst okay das ist eine Strecke für dich dieser für mich und wirst du gleich sehen weil da kommt Springi durch ja du kannst du nicht durchschießen ich bin da mal schnell rüber ich glaube langsam ihr wollt die menschen gar nicht retten aber nicht wollen wir auch nicht bestimmt sind ja roboter brauchen wir das nicht was soll das machst du nach und dass wenn du daran wird sondern da kann ich es da noch nein das meine ich doch gerade gar nicht dass da drüben aber an der hof die lassen kannst du mich ja so nicht ich sterbe gar nicht weil ich ziemlich unten war deswegen nicht gestorben noch machen können kannst du da durchlaufen warte mal ja du kannst mit ja ja und was scherz da die kackblaue fläche ist hier ich konnte nie ausweichen du vogel warum war die so schnell wir können ja machen dass wir die scherz sicher mit der blauen flüssigkeit treffen wie ist die andere frage ach ja aber so bringt das gerade nichts du kannst ja dein portal dahin sitzen ja du musst nur ein timing haben dann kommt das nicht raus ich mach mal eben dagegen ich will mal gucken das müsste doch da runter gehen der blaue strahl ja du musst ein richtiges timing haben viel spaß diesem alle schreien bis jetzt bis jetzt